Mein Name ist Angela Frauci, ich bin jetzt die zweite Saison Trainerin bei der CSC Lions Frauen. Ich bin aber schon seit 2011 in der Organisation selber, habe noch bis 2016 selber gespielt und bin dann direkt ins Coaching gekommen. Ich habe auch lange in der Nationalmannschaft gespielt, drei Olympische Spiele und ein paar WM-Spiele. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1! Neben mir ist Ok, ich arbeite an der ECH am Institut für Biomechanik. Ich bin dort tätig als Labormanagerin und helfe den Doktoranden an ihren Projekten. Ich freue mich auf nächste Saison extrem fest, mit dieser Supermannschaft zusammenzuarbeiten und wieder viele gute Sachen zu erleben. Und für uns ist natürlich klar, dass es den Meistertitel zu verteidigen gibt. Und auf diese Herausforderung freue ich mich extrem. Ich freue mich auch sehr, wir sind die Canyon an Bord. Auf Zusammenarbeit mit ihr dürfen wir uns alle freuen. Und wir sind hier und let's go. Tag ist der Lions.